Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von 101 und wir wollen noch gar nicht lange zappeln, sondern direkt weitermachen. Keine Ahnung. Ja, wir haben ja hier ein Ziel, ne? Ja, auf jeden Fall. Einen Ender Dragon zu killen. Hä, was? Nicht full deal? Oh, fuck, Alter, bei mir ist so viel Lava. Ey, aber man könnte auch einen strategischen Tod machen, also ich könnte mich theoretisch jetzt killen. Dann hätte ich, oh, fucken, die letzte, fuck, 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 fuck. Ja, erzähl weiter. Dass ich einen strategischen Tod mache, dass ich wieder an der Oberfläche bin und wieder volles Hunger habe. Das kannst du machen. Aber dann musst du dir eine Minute stehen. Achja, stimmt, eine Minute muss man stehen. Das weiß ich nicht, also das kannst du gerne machen. Also, aber du musst halt auch sehen, du spawnst dann bei deinem normalen Spawnpunkt, ne? Ja, ja, aber ich habe auch vergessen, dass man eine Minute stehen muss. Aber dann könnte ich theoretisch die Hühner mit snacken. Ja, dann bringe ich halt um und bleib ne Minute stehen. Oh, ich bin aus meinem Thema. Ne, das muss ich mal nicht passieren. Oh man, ich könnte mir theoretisch mit dem Eisen jetzt auch bald schon ein paar Rüstungsteile machen. Ja, ja, ich bin noch nach unten Grabungsdingens. Er hat diese ganzen neuen Steine, Alter, ne? Aber kann man daraus eigentlich auch Werkzeuge bauen? Ähm... Ja, Höhle, sehr gut. Nice. So, ich check mal hier die Höhle ab, in der ich gerade bin, ey. Ich fühle mich echt... Oh man, hier ist so viel Lava, ich hab voll Shit, ne? Jo. So, wir machen mal gerade ne Workbench. Ah, ne Workbench, auch sehr wichtig. Und zwar, ich hab noch gar keinen... Warte, ich guck mal kurz... Ja, man kann aus diesen anderen Steinen aus... Äh, ne, warte. Ne, das war schon Cobblestone. Was kann man aus Andestit machen? Gar nix. Granit hab ich eh nur einen. Und Diori? Kann man daraus vielleicht ein Schwert zaubern? Nein. Ah, das ist jetzt aber blöd. Blöd geklau, auf jeden Fall mega. So, ich brauch einen Steinschatt wenigstens, um da unten rein zu gehen. Alles andere ist mir recht. Geben wir auf jeden Fall auch mal wieder ein bisschen Kohle mit. Wenigstens ein Stack immer parat haben, dass man was für einen Ofen hat, aber... Und vielleicht für Fackeln und so, ne? Jojo. Das... Oh, ich hab die erste Lava gefunden, aber ich hab noch keinen Eimer, sonst würde ich die auch schon direkt collecten. Oh, Eisen, sehr gut. Das erste Eisen. Ach, stimmt. Ich könnte ja auch langsam mal einen Eimer machen. Ich hab ja eigentlich genügend Eisen. Boah, der, der, der riche Nigga hier. Oh, hier ist ein perfekter Garmin. Ja, aber dafür bist du ridd an Food, ne? Also... Nein, bin ich gar nicht. Ich hab, ich hab ein paar scheiß Hasen gekillt, aber diese scheiß Hasen haben mir ja nichts gebracht. Also, ich muss ja ehrlich sein, ich habe auch kein Essen. Aber ich scheiß gerade drauf, weil ich... Ich hab Smaragden gefunden, toll. Ey, kann es sein, dass wir in der gleichen Höhle sind, weil ich finde hier gerade Eisen und Smaragde? Das kann sein. Aber ich glaube nicht, weil du dich bestimmt an einer anderen Stelle runtergegaben hast. Nein. Wofür braucht man Gold? Ähm... Das sag ich dir jetzt nicht. Nein, spaß mal einen goldenen Äpfel. Ah ja. Die könnten im Kampf gegen den Enderdrachen echt geil sein. Also, die könnten dir den Arsch retten. Könnten. Aber auf jeden Fall, du hast doch diesen einen Speedrun gesehen, den ich dir gezeigt habe, wo der Typ halt Betten verwendet hat, um den Enderdragon schnell zu killen. Ja, aber du, darauf habe ich keinen Bock. Also, ich werde das Ding nicht machen. Ich meine, ich habe Gold gefunden. Toll. Wir sind so fast von den fast gleichen Höhlen. Da ist nochmal Eisen. Ja, ich habe auch eigentlich reichlich an Gold und so. Aber Gold... Oh Gott, hab ich ein Zombie. Scheiße, Mann. Das bockt nicht. Digga. Okay, du hast doch natürlich einen anderen Spawn als ich, weil ich habe komischerweise keinen Zombie. Ja gut, der Spawn ist immer anders. Genauso wie der Kisten-Spawn, glaube ich, anders. Ich weiß gar nicht, ob der Kisten-Spawn gleich ist, wenn man den gleichen zieht hat. Ich glaube schon, aber ich bin mir echt gerade nicht sicher. Ich gehe erstmal ganz tief rein und gucke einfach mal, ob ich schon mal Dias finde und die dann einfach schon mal save kann. Was? Er will sich einfach Dias holen. Ja, Insta, Digga, Insta. Boah. Okay, mit Dias ist natürlich klar ein Vorteil, aber... Ja gut, aber die muss ich auch erstmal finden, Digga. Also chill. Ich hab nur gesagt... Ich hab nur so am Spaß gesagt, dass ich die suche. Hier ist viel schön viel Lava, die kann ich mir für später aufbewahren. Gehen wir nochmal nach oben, weil da wird auch noch Lava sein. Äh, Lava, Wasser. Was? Nein, Eisen. Aber okay. Ist auch egal. Stimmt, ich sollte mir auch endlich mal... Warte mal. Wo ist meine... Wie viel Eisen habe ich denn jetzt? Oh, das ist schon mal ein ordentlicher Anfang. Und können wir schon mal ein paar Rüstungsteile kraften? Muss ich mir mal überlegen, was ich alles an Rüstung kraft... Ich könnte mir einen Helm aber... War... Ein Helm so richtig? Als ob du nicht mehr Eisen hast als... Ich glaub Helm ist... Ja, doch, ich könnte mir... Ja, ich hab noch ganz... Ja, stimmt. Ich hab nur... Schon so viel für Kacke jetzt verbraucht. Eisen. So viel für Kacke? Für... Ja, weil... Äh... Ich hab mir halt Ausrüstung gemacht. Aber keine Rüstung halt. Also... So. So, das wird auch noch gebraucht. Oh Gott, ich hoffe, ich sterbe nicht, wenn ich in die Lava gehe. Hey, in der Lava schiffst du locker. Und halt... Junge... Oh, ich bin schief, dass du... Sowas von fest drücken gerade. Okay, ich wünsche dir, dass du abrutscht. Das ist irgendwie lustig. Boah, das leckt mich, Alter. Ich glaube, während das Eisen bret, gehe ich mal gerade nach oben und suche nach Tieren, weil jetzt müsste ja der Spawn vielleicht ein bisschen geiler sein. What the fucking Creeper? Bitte, bitte. Kommt schon, Creeper. Wir glauben eigentlich. Okay, lol. Lol, die Explosion hat einfach gar nichts gemacht. Er ist vielleicht im Wasser? Nein, der war nicht im Wasser. Der stand hier einfach nur so auf dem Stein rum. Ganz spät. Oh, der Yolo-Boy. Ob er mich nicht so tat? Smaragd, Alter. Wofür braucht man Smaragd? Zum Handeln mit diesen verkackten Villagern, aber... Soja, aber gibt's hier einen Villager oder irgendwas in der Nähe? Keine Ahnung. Ich hab noch nichts gefunden. Okay, ich muss mit diesen... Boah, wenn mich irgendwas jetzt von der Seite abschießt, ne? Ich bin tot. Soll ich defen? Aber ich werd mir, glaub ich, durch den ersten... ...den ersten Death Snacken. Warum? Weil ich meinen Hunger fast leer hab. Oh ja, strategischer Tod und so, ne? Ja, mega der strategische Tod. Anders will ich auch nicht sterben. Lieber sterbe ich durch, was ich wollte. Vor allem war ich... Oh nein, fuck, ich brenne! Boah, ich konnte mich noch löschen im Wasser. Boah, Alter, wie viel... Boah, was hier alles für Zeug liegt, ey. Das ist ja unglaublich hier. Obsidian gibt's auch. Obsidian, ich muss noch nether kurz machen, weil... ...damit du ja, ähm... ...diese Ender-Augen da in dieses Portal überhaupt tun kannst. Brauchst du ja diese Dinger von... Blazed Roads. Die Blazed Roads. Und dann das Blazed Powder. Okay, ich such jetzt einfach erstmal nach Viechern. Oh, das sind Zombies. Das ist immer auch gut für Essen. Irgendwas. Ja gut, dahin... Aber Roads ist Flash nur. Ja, scheiß drauf. Ich hab eine... ...eine halbe Hungerkeule, Digga. Das ist ein bisschen kritisch. Boah. Was? Nur so wenig? Ja, ja. Alles okay. Jetzt bin ich schon. Da hab ich ein bisschen mehr. Okay, jetzt fängt der Hunger... ...fängt an mir zu zehren. Aber ich hab erstmal noch ein Skelett getötet. Ja, jetzt kassier ich jetzt noch ganz viel Schaden. Aber egal. Erstmal Essen! Voll... Oh, das ist echt scheiße. Aber der... Aber nicht auf Normal. Damage nämlich doch auf Hälfte der Herzen oder so. Okay, ja, hier hinten gibt's echt noch viele Biome. Das ist gut. Dies ist gut. Boah, Alter. Ich glaub, dann hol ich einfach nur mein Stuff und dann geh ich. Ich... Ich baum mich hier grade... So... Von... Wie du gehst. Stirb? Nein, also das... Das passiert ja nicht auf Normal, zum Glück. Oh, irgendwie sieht's grad danach raus, weil ich irgendwie auf 3 Herzen runter bin. Ach, auf Hard tötet Hunger! Und jetzt... Damage nämlich auf ein halbes Herz. Okay, ja, das macht Sinn. Also du kannst... Oh, auf ein halbes Herz? Ja, ja. Okay. Gut zu wissen. Ja, ich glaub auch friedlich Damage, der dich nur zur Hälfte runter, ne? Nee, da gibt's keinen Hunger. Und warte. Jetzt müsste ich theoretisch sterben, aber eigentlich sterbe ich ja jetzt nicht. Ja, genau. Ja. Digga, bei mir bewegt sich grade alles. Meine Hungerkeulen, meine Herzen. Alter Schwede. Also wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich auch nicht wirklich traurig drum. Vor allem, ich darf ja nicht mal Fallschaden oder so einstecken. Gar nichts. Locker tötet mich jetzt Fallschaden. Boah, noch mehr Eisen. Ich spür schon. Boah, wie das... Die Lava brennt das Eisen jetzt weg, ey. Ich kotze, ey. Wenn das Eisenerz jetzt nicht in die Lava fällt... Ja, ich will da ein bisschen kichern. So langsam macht der Tod aus Taktik echt harten Sinn, ey. Weil ich eh nur noch ein halbes Herz hab. Weißt du, da ist... Okay. Boah, noch ein halbes Herz. Oh, die Hülle geht noch weiter, man. Die ist ja ewig. Aber noch mehr Eisenerz. Das hol ich mir natürlich. Jetzt kann ich eh springen wie ich will, weil jetzt scheiß... Leck. Boah, da hat ein Leck, Alter. Das war jetzt grade nicht so schön. Boah, kritisch, Alter. Ja, kritisch, wenn du da hochjumpst und dann kommt da so ein scheiß Leck, Alter. Und du denkst dir so, scheiße. Ja, nee. Ja. Oh mein Gott. Äh. Oh. Oh, noch mal hat mein Eisen und danach guck ich mal... Was... What I'm gonna do next. Golderz? Oh, nicht so viel Golderz. Ich hab zwölf Stück. Oh. Mann, ich will lieber Eisenerz. Nicht dieser Versuchung des Runtersprings nachkommen. Wieso... Jo, ich hab nen Stronghold gefunden. Willst du mich verarschen? Ne, im Ernst. Eventuell ist es der für nen Ender Dragon, wenn ich Glück habe. Ja, okay, dann hast du jetzt gewonnen. Tschüss, ich geh mich schon mal um. Nee. Noch lang ist es. Boah, scheiße, Mann. Was... Wovin hier gleich die Hölle losgeht und ich sterbe. Boah, boah. Ja, ich muss erstmal meine... Ja, ich muss erstmal meine Scheiße wiederfinden. Weil ich war auf der Suche nach Essen, aber hab nichts gefunden. Wirklich gar nichts. Bist du gestorben? Ne, ne. Ich bin auf einem halben Herz und warte darauf, dass ich bald irgendwann verreck. Ah, okay, das sieht nach meiner... Weil hier war irgendwie so ne... Boah. Jeder Stromer. Boah, wenn jetzt irgendein Viech kommt, ich bin so am Arsch. Ich bin am Arsch, Junge. Ja, ich bin doch genau so. Oh shit, der Hunger fängt gleich auch an an mir zu zerren. Scheiße, Digge. Geht, Moment. Und ich bin im Stronghold. Da willst du doch so viel looten, wie du willst. Wie du kannst. Ja, looten und leveln, ne? Ja. Oh, Junge. Ich bin richtig kritisch am Abkacken. Und ich find gerade meine Höhle. Das mich echt richtig abfuckt. Oh, ich nehme noch das Eisner Herz mit und dann verabschiede ich mich von dieser Welt. Dann geh ich glaube ich sterben und dann... Ich spring mich jetzt um. Ja. Es ist soweit. Oh, wir sind schon wieder bei 10 Minuten. Okay, gut. Dann gibts im nächsten Part meinen Tod und dann eine Minute Wartezeit. Also Jungs. Hau da rein. Bis zum nächsten Part. Ciao. Bis zum nächsten Mal.